Hallo ihr Lieben! Ja, wie im letzten Video angekündigt, habe ich ein Spiel aufgelöst und zwar war das unser 2 Dice. Da habe ich ja gesagt, spiele ich nur so lange, bis der Trecker voll ist. Der Trecker ist voll. Ich habe tatsächlich auch noch Geld zurückbekommen, weil ich was für die Abschlussgeschichte besorgt habe, wo wir morgen in der Schule haben. Ich freue mich schon sehr, Johannes hat auf seinen Abschluss. Und ja, den Trecker tun wir weg, den können wir radieren, den löschen wir wieder. Zack, so habe ich mein schönes Post-it. Hier geht es wieder weiter. Und ja, ihr seht, hier hatte ich schon mal gespielt, hier hatte ich schon mal voll gespielt und es geht tatsächlich im Hauptbein der Ball weiter. Mit dem Bestreffen. Und ja, wir spielen jetzt eine Runde. Ich freue mich total. Juhu! Ich liebe Spiele. Ja, und es ist mal wieder soweit. Moment, ich muss erstmal mein Fach aufmachen mit meinen Stiften drin. Und natürlich auch das Fach, wo die Wurfel drin sind, falls wir würfeln müssen. So, wir fangen aber wie immer mit dem Auto an. Der Klassiker. So, wir nehmen das Kleingeld wieder raus. Naja, nicht ganz das Kleingeld, sondern die 4 Euro nehmen wir raus. Und machen 6 Euro rein. Der Rest ist natürlich vom Kleingeld, bleibt drin. Zack. So, ach, der Magnet hat sich wieder gelöst. Meine Güte, jetzt weiß ich auch, warum er sich ständig löst. Ich habe schon dreimal den Magnet hier wieder neu angesetzt und ich habe mich immer gefragt, warum. Und jetzt weiß ich es. Seht ihr das? Da ist tatsächlich, der löst sich auf diesem Magnet-Ding. Das ist keine gute Konstellation. Hm. Ja gut, wir werden jetzt bald an dieser Stelle vorbei sein. Okay, das kriegen wir schon. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Ich brauche erst mal einen Stift. Äh, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gerade nicht, dass das hatte. Und 19. glaube ich. 20. 20. Morgen ist der 21. Das ist heute. Leute. Der Monat ist bald rum. Ich kriege Angst. Ich habe so ein bisschen Panik. Wenn ich ehrlich bin. So. Uh. So, schauen wir mal. Über welchen Knochen machen wir denn jetzt aus? Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal ein bisschen vor. Wir machen mal. Das ist ja doof. Der ist ja so. Ich mache mal den halben Knochen hier. So großen. Ja, obwohl eigentlich ist das ein ganzes Stück. Muss man schon ganz machen. Ja, dafür sind hier noch viele ganz ganz kleine Stücke drin. Meine Güte. Das wird sich doch ewig erzählen. Das ist echt immer wieder aufregend. Sehr cool. Gut. Es werden weiterhin die 2 Euro weiter bespart. Also das war wirklich mal eine gute Idee. Ich habe tatsächlich wieder was aus der Zeitung ausgeschnitten. So Doku was, glaube ich. Mit irgend so einem Verbindestil. Das mache ich ja auch ab und zu mal. Und ich habe tatsächlich mal welche zum Ausdrücken bestellt. Und das war auch ganz lustig. Wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Aber ich werde es euch nicht zeigen können. Weil bei Restaurants sind noch die 50 Euro drin. Aber es darf mal nichts. Ähm. Ich muss jetzt selber erst mal lachen. Weil nämlich... Ist was doofes passiert. Irgendwie hat es mit der Drucker mit Patronen nicht geklappt. Und eines in schwarz-weiß gedruckt wurde. Aber ich werde es trotzdem benutzen. Natürlich. Da ist doch also noch 50 Euro drin. Lassen wir. Kinder. Kinder haben wir ja natürlich immer viel. In die Spiele zurück. 2 Euro. Gehen wir jetzt hier lang? Oder gehen wir jetzt hier lang? Ist eigentlich egal. Mal noch. Nehmt sich jetzt was viel. Beides 2 Euro. Vielleicht sollten wir bei den Kindern mal zwei Spiele reintun. Lass mal da das Minus mal ausreden. Genauso bei den Katzen müsste man eigentlich auch mal zwei Spiele reintun. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gesehen habe. Ich glaube, bei Wabimbo war das bei das Dusen. Irgendjemand macht das auch, dass er mehrere Spiele drin hat. in einem, damit er einfach ein bisschen mehr Geld reinbekommt. Fand ich eigentlich ganz sinnig. Hatte ich mir nämlich auch schon überlegt, dass man wieder mal aus dem Minus rauskommt bei den einzelnen Kategorien. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Spiele, wo es ganz schnell geht, sag ich mal. So. Dann sind wir nur noch bei 109,99 Euro. Beispiel. Das ist jetzt nur noch. So. Lebensmittel, ja. Da müssen wir tatsächlich was reintun. Ich bin dafür, dass wir 12 Euro reintun. Wir haben noch ein bisschen und ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Tage, wo ich Titus immer wieder mal was geholt habe. So vom Bäcker oder so, ne. Der mag gerne so diese Brezelchen, wenn er krank ist. Und da habe ich tatsächlich nicht nein gesagt. Und hatte das Geld auch wieder rüber getan. Deswegen sind da jetzt auch nur 12 Euro drin. So. Dann muss ich erstmal den 50er hier wechseln. Jetzt müssen wir mal gucken. So, aber jetzt malen wir erstmal die 12 Euro an. Und dann müssen wir uns nochmal um den Magneten kümmern. Wie gesagt, das ist jetzt schon der zweite der. Hier ist er. Da unten hängt. Machen wir es jetzt erstmal so. Ja, das ist, weil das Spiel gerade hier hinten drauf ist. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil es jetzt gerade nach hinten gewandert ist. Und da eben dieses Magnet ist. Deswegen bin ich mit diesen Magnetdingern nicht so glücklich. Also mit diesen Magnetbeindern. Und ich habe tatsächlich auch nur den als Magnetbeindern. Dann habe ich die anderen alle ohne Magnetbeindern geholt. Weil ich das nicht mehr so glücklich fand. 12 Kinder waren 2. Genau. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Aber das lässt sich relativ leicht nachvollziehen. Indem wir einfach gucken, was wir eingespart haben. 2 Euro also waren wir hier. Oder hier. Wir machen einfach hier. So. Ja, aber ich glaube, wir hatten eine größere Zahl. Wir waren schon hier drüben. Deswegen ist es nämlich genau hier gelandet. So, dann schauen wir doch mal, wo wir landen. Stimmt, es war nämlich auch nicht mehr ganz so lange. Wo wir gebraucht haben. Wir nehmen mal den Würfel hier. Eine 6. Ach. Bis zum Start. Ah. Hatte ich mir nämlich noch gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Euro. Ja. Jetzt sind wir aus der Gefahrenzone nämlich raus. 4 Euro haben wir auch noch klein. So. Die kommen aber wieder zurück in die Bank. Die 4 Euro. Machen wir wieder eine Bank. Eine Bankecke. Sozusagen. Ach, wie schön. 4 Euro. Ach. Und ich habe heute aber auch schon wieder was gekauft für die Katzen. Ähm. Von daher. Äh. Hier. Wo habe ich denn das abgezogen? Ich glaube von der Rente. Ne. Von Lebensmitteln. Da habe ich es abgezogen. Ja. Genau. So. Wunderbar. Ach. Wenn wir mit dem durch sind, bin ich ja auch mal gespannt was dann kommt. Dann können wir gleich hinten dran bleiben. Muss man nicht mal vorgeben. So. Dann wechseln wir sowieso die Beine da. Die können wir rausnehmen. Zack. Dann schreibe ich hier noch die 4 Euro rein. So. So. So meine Lieben. Jetzt geht es los. Und zwar gucken wir erstmal nach den Sachen, die wir haben. die nicht bestafft werden konnten. Das ist jetzt einmal hier in dieser Reihe. In der ersten Reihe fangen wir an. Ähm. Das Deep Balance. Das war damals, weil ich die Zahl nicht gewürfelt hatte. Ich habe, weil die Balance jetzt hinten rein tatsächlich ein zweites Spiel gelegt. Weil hier zwei Sechser sind. Und wenn ich hier keine zwei Sechser-Würfel dann, ähm, oder Sechser-Würfel generell, dann wird das hintere Spiel aktiv. So. Jetzt. Und ich zeige euch das jetzt auch mal. Und zwar ist das hier. So. Können wir gleich mit rausnehmen. Boah. Wenn ich es rausbekomme. Ein Ruppelspiel. Ich klaue mir jetzt von der Bank die 2 Euro. Und ruppeln das mal mit euch auf. So. Die lassen sich tatsächlich wunderbar ruppeln. Das ist ein sehr, sehr, sehr schön ruppelbares Spiel. Ah. Sehr schön. So. Und wie ihr seht, haben wir 6 Euro freigeruppelt. Sehr gut. Und das Ganze kommt in die Rente. Das heißt, ich muss mir wieder Stückzeichen schreiben, was Bank und Rente ist, dass ich nicht durcheinander komme. Und ich muss tatsächlich meine 50 Euro wechseln. Also. Obwohl. Quatsch. Ich kann es ja gleich in die Rente reintun. Kann ich ja gleich wechseln. Aber ich schreibe mir trotzdem mal einen Zettel für die Bank. Hier. So. Dass ich es nicht verwechsel. Genau. Also. So habe ich das jetzt gelöst beim Problem. Dass auf jeden Fall dann was reinkommt. Ähm. Weil ich es echt schade fand, wenn ein Spiel nicht bespielt wird. Und so werde ich es in Zukunft immer machen, wenn jetzt dann die Würfel-Challenges zu Ende sind. Dass ich einfach, wenn ich es nicht schaffe, mit der Challenge einen Betrag zu erwürfeln. Einfach nochmal. Ich bin bescheuert, was da ist mein Stift drin. Meine Güte. Stift. Hallo Stift. Ach. Gefunden. Äh. Einfach nochmal ein Zusatzspiel mit reinlege. Ähm. Wo ich eben dann trotzdem was bestaffen kann. Weil es sehr schade wäre. Ähm. Wenn ich jetzt da eben nicht weiter runterkomme vom Betrag. Da ich da ja schon gut dabei bin, finde ich. So. Genau. Wir hatten ja zwischenzeitlich über 600. Wir sind jetzt schon bei 400. Also es läuft. So. Jetzt müssen wir nur noch die 6 Euro rein tun. Jetzt habe ich natürlich einen 50 Euro Schein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diejenigen hier gewechselt kriegen. Ich hoffe das funktioniert. Das heißt 44 Euro müssen wir da raus. Hier sind schon mal 20. 30. 35. 24. 6. 8. 10. 1. 10. 10. 14. 10. Wann ist das singen? 4. 10. 11. Und hier naja. 20. Hör! noch ein bisschen klein hier drin hier. Meine Herren. Sehr gut. Sehr schön. Gut, dann schreiben wir das erstmal in den Deep Balance rein. Wo hatte ich es denn? Hier unten. So, 6 Euro. Haben wir noch irgendwo in der ersten Reihe einspielen. Nicht bestafft. Mal pusten. Nee. Gut. Okay, dann gehen wir zur zweiten Reihe. Da haben wir die Geburtstagsfeier, die noch bestafft werden will. Da wird auch noch ein Feld. Ah ne, Moment. Hier oben erstmal Kleider. So. Stopp, stopp, stopp. Schön die Reihenfolge einhalten. Moment. Gehen wir nochmal nach vorne. Ach so. Lebensmittel könnten wir auch nochmal eine Runde spielen. Restaurant ist ja noch gefüllt. Das machen wir erstmal. Stopp. Da ist ja auch noch ein Feld vorne. Dann machen wir doch nochmal eine Runde Lebensmittel. Da können wir ja einfach mal die zwei Euro noch rein tun. Dann ist es nicht so viel. Genau, das machen wir jetzt auch. Damit das natürlich alles seine Richtigkeit hat. Ich möchte nämlich wirklich bei jedem so ein bisschen was rein tun. So. Wie gesagt, ich war nicht im Restaurant. Ich habe keine Zeit im Moment ins Restaurant zu gehen oder so. Mein Geschäft frisst mich ganz auf im Moment. Jede Minute versuche ich da unten irgendetwas zu tun, damit es wirklich sehr, sehr schön wird. Aber heute habe ich das erste Mal so dieses Gefühl gehabt, boah, das wird richtig gut. Das wird so dieses, ich saß, ich habe das Wartezimmer, habe ich dann so ein Dekowand dran gemacht und da habe ich mir gedacht, boah, das sieht richtig geil aus, habe ich mir nur so gedacht. Das war so dieses, einen Moment mal kurz ankommen, so. So, es fehlt noch was, aber es wird, es wird, guck mal nur, es wird. Sehr schön. So, dann haben wir da auch die zwei Euro reingemacht. So, jetzt gehen wir rüber. Jetzt kann zweite Reihe Kleidung. Kleidung haben wir ja auch relativ viel Minus noch. Gucken wir mal, wo sie ist. Haushalt, Online-Wünsche, Versicherung. Na, muss doch nicht irgendwo Kleidung haben. Tadadada, Luxus, Gesundheit. So. Die Challenge war voll. Wir sind nach hinten gewandert. Uh, und wir haben noch eine Oster-Ruppel-Challenge. Hi, ja, ich finde, die Ostereier heißen hier. Na, dann rüppeln wir mal. Ich liebe ja Ruppel-Challenges. Das letzte Mal haben wir zwei Euro erruppelt. Oh, das sieht nach einem Hasi aus. Ah, das sieht nach einem Ei aus. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Ei finde? Jedes Ei, acht Euro. Oh, ah, okay. Oh, jetzt habe ich jetzt was eben da drüben mit weggerubbelt. Naja, ist nicht schlimm. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Die acht Euro kommen aber tatsächlich wieder zu den Spielen zurück. 20. Siebter. Acht Euro. Echt cool. Echt cool. Halt, plus acht. Wow. 48, 48, was ein Betrag, hä? sehr schön da es ja wieder zu spielen zurückkommt, bleibt es natürlich im Potti so wie es ist und wir sind bald wieder im Plus das ist wunderbar, wenn es so weiter geht yay, das erste Ostern gefunden weit nach Ostern aber gefunden so, was haben wir dann als nächstes Kontaktlinsen ich glaube die waren hier drin ja hier sind die guten Kontaktlinsen die Kontaktlinsen haben auch eine Würfel Challenge da passiert auch das gleiche wie bei dem anderen sollte das mal so sein dass ich dann nicht mehr die Zahlenwürfel dann würde ich ein Zusatzspiel dazu geben so eine 1 haben wir noch sehr gut können wir gleich mal aufschreiben eine 6 haben wir nicht mehr und noch eine 1 haben wir auch nicht mehr das ist natürlich nicht viel aber es ist schon besser klein viel macht auch ein Mist ne also 1 Euro haben wir vielleicht hier 1 Euro drin jawohl dann kann man das wechseln 2 Euro Stück rein ich habe schon eine reingelegt eine Hochzeitschallend Hochzeitsfound ich heirate nicht mehr ich bin schon verheiratet aber trotzdem habe ich sie mal reingelegt so 33 Euro sieht die das ja ich bin mir immer nicht muss manchmal gucken ob ihr es noch seht so 34 Euro 1 ich muss mal meinen Stift wieder zudrehen der hat sich irgendwie aufgedreht so eine 1, eine 1 hier unten zwei Gründe nebeneinander auch nicht schlimm immer noch ein Winterspiel bald ist es schon wieder wenn es so weiter geht ja bis dahin haben wir es hoffentlich geschafft so wie ich das seit dem Wunterspiel jetzt erst angefangen habe weil es einfach von der Reihenfolge dran war wie lustig ja ich packe ja diese Päckchen immer jahreszeitmäßig und das passierte dann auch manchmal dass es erst dann dran kommt wenn eine andere Jahreszeit ist so ist das nun mal aber da ihr die Videos ja zu jeder Jahreszeit gucken könnt habt ihr natürlich auch die Chance die Sachen im Winter oder im Sommer zu gucken so Kontaktlinsen hier hatten wir den Euro jetzt muss man das natürlich immer wegreden aber das wackelt immer so ich hoffe dass es auf dem Bildschirm nicht so schlimm ist so dann geht es jetzt zu Geburtstagsfeiern jetzt kommt die Geburtstagsfeier die ich vorhin schon machen wollte was haben wir denn da da haben wir noch einen Rest von 10 Euro den machen wir natürlich mal voll ich finde es aber ein bisschen dumm wenn da nur so ein Restzettelchen drin ist aber so sind die Spielregeln oder meine Spielregeln vielleicht kann man da die 10er rausnehmen und die 20er reinlegen sehr schön ja wir haben immer noch nicht die Nachfeier gemacht und wir wollten die unbedingt noch machen vielleicht schaffen wir es ja in den Ferien noch weil jetzt hat erstmal der Petter noch Geburtstag und ach Gott irgendwie funktioniert das immer nicht wenn wir das nachfeiern wollen aber bald hat mein Schatz mal Geburtstag vielleicht können wir dann da feiern das heißt bald dauert auch noch ein bisschen sonstiges ist tatsächlich auch so dass da noch nicht voll ist da können wir mal ich mache nochmal vier Steinchen warte mal zwei vier sechs nee kriegt man noch nicht zusammen okay hätte sein können bald kommen die hellgrünen und die andersfarbigen sehr spannend aber jetzt nehmen wir erstmal noch vier Steinchen von denen oh hier unten muss ich auch noch eins kleben sehe ich gerade zwei Stück sogar die habe ich nicht geklebt die machen wir gleich mal vier Stück jetzt haben wir auch die Tüten von den Corona Tests jetzt mal überhaupt macht das überhaupt noch jemand das soll man es machen drei Gott sei Dank meinem Kleinen geht es schon wieder besser der mag aber diesen Saft nicht den er nehmen muss jetzt merkt man dass der Schleim sich so richtig löst an seiner Lungenentzündung weil das war ja schon schlimm der kann ja auch schon ganz schön sein aber das ist ja auch mega anstrengend boah was ich die Nächte durchgemacht habe mir ging es dann auch richtig schlecht naja gut so ist das halt als Modell noch da musst du durch da fragt keiner nach vier Euro 27,33 ich bin gespannt ob wir den fertig haben das ist auch so eine schöne Unendlichkeits-Gent die echt lang dauert und viel Geld reinbringt dadurch dass man auch bestimmen kann wie viel man rein tun möchte kann man da auch mal sagen okay man macht mal einen größeren Betrag rein habe ich jetzt aber noch nicht mache ich mal so ein bisschen so klein Tümpel so ein bisschen vor mich hin so wunderbar haben wir hier mal vier Euro so jetzt kommt die Nachhilfe muss ich tatsächlich auch noch überweisen na kleiner Roboter haben wir noch einen Dreier ja hier haben wir einen Dreier draus sonst ist 32 was da rein müssen dann tun wir mal den Rest hier raus mal gucken was danach kommt nach dem Dreier da drüben habe ich die schwarz liegen hier habe ich mich schön ausgemalt da sind auch noch ein paar Dreier dann kommen die Zweier wahrscheinlich könnt ihr auch gemischt machen aber ich mache meistens die Reihe nur super auch sehr lustig der Kleine der war auch was von irgendeiner Zeitung mal so drei oh nein der Freizeitpark Kleingeld Challenge ich hatte doch hier noch ein paar Cent sind denn das 50 Cent die tun mir jetzt mal rein ach herrje wir schreiben uns gleich mal rein 50 Cent da sind zwei Haaren dann sind es 2,50 so so 20 40 50 irgendwie habe ich total viele Male im Moment die nicht enden wollen das stelle ich gerade fest die spielen immer ruckzuck zu Ende irgendwie so dann Trampolin ja genau da sind noch 19 Euro offen das ist wieder so ein Offenbetrag die nehmen wir gleich mal raus und tun wir hier mal rein oh so ihr Lieben jetzt müssen wir ganz schnell mal Strom anschließen bevor wir weitermachen weil ihr nämlich gleich sonst nicht mehr da seid das heißt es piekt gleich mal ich überlege wo ich noch eine Stecker herkriege oh wir wackeln nicht erschrecken ihr fallt nicht runter ich hab euch fest ich weiß noch nicht wie ich meinen Stecker herkriege das gibt's doch gar nicht normalerweise hab ich drüber zwei Stück reingedrungen ich könnte euch jetzt dunkel machen aber dann seht ihr mich ja nicht mehr es gibt meine Schokolade nicht auf ich hab so eine Tatschschokolade und lass den Start nicht öffnen irgendwie so durcheuers ja jetzt jetzt hat sie sich okay lassen aber auch da ist kein Stecker dran so ihr Lieben jetzt muss ich erst noch einen Stecker suchen bevor wir weitermachen können weil sonst piept ihr gleich gibt's doch gar nicht ich hab nochmal einen Stecker da ganz eigenartig ja das ist jetzt alles nichts wir haben nur noch 20% das ist nicht viel da seid ihr gleich weg dann machen wir's doch so ich drücke schnell auf Pause und bin gleich wieder bei euch so ihr Lieben da bin ich wieder ich muss euch aber nochmal ein bisschen gerade setzen so jetzt haben wir's ja jetzt machen wir's uns wieder bequem und dann können wir weitermachen ich hatte ja äh bei Trambolini 19 Euro reingetan hab's aber noch nicht eingetragen hier im Buch das machen wir jetzt noch sehr schön so hier hatten wir's schon eingetragen ne hier haben wir's auch noch nicht eingetragen guck mal hier haben's nur reingetan sonst ist nur nichts passiert so 111 19 und 30 so cool ich glaub die werd ich irgendwann auch wieder mal auflösen hu habt ihr das mitgekommen? habt ihr's gehört? schaut mal mir ist das Band gerissen ich wusste nicht dass es kommt dass das reißen kann ach du Schande das Lederband gerissen zack oh mein Gott es wird Zeit für einen neuen Beiner war ja eigentlich so mein Lieblingsbeiner aber da ist jetzt der erste der kaputt geht oder der zweite der erste zweite erste krass naja nicht schlimm dann tun wir das in den Müll im Moment hab ich wieder so ne Phase wo ich alles zerstöre anscheinend so Halloween Halloween klack 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 ah cool da dürfen wir wieder mal würfeln Halloween ist ja ähm der Sparwolf gut boller jetzt schmeißen wir mal hier alles durcheinander mit dem Sparwolf dann nehmen wir natürlich wieder einen anderen Würfel jetzt haben wir schon drei Würfel das heißt wir haben dreimal gewürfelt eine zwei ach super dann können wir noch ein bisschen spielen aber ich komm wieder nicht auf ein Ruppelfeld äh die nächste Runde sind wir raus die nächste Runde gibt's ein neues Spiel beim Sparwolf so zwei Euro und ich hab nicht einmal geruppelt oh schade sehr sehr schade naja wie viel brauchen wir denn für Halloween 80 Euro hat man kalkuliert naja da sind wir ja auch schon bald wenn wir so weitermachen da bin ich immer gespannt was dann da reinkommt oder ob es vielleicht noch ein Spiel vorher schafft rauszugehen immer sehr spannend so dann schreiben wir hier mal zwei Euro rein und dann kommt noch die Bestattung oh unsere Bestattung so was haben wir denn da ach da haben wir ja die fünf Euro meine Lieben das ist dann tatsächlich auch das letzte ja was kommt oh da ist schon viel Kleingeld dran ich bin am überlegen ob ich dem Titus nicht zwei Euro reintun weil hier gibt's ein zwei Euro pack und dann nur einen reintun lieber die Schulden macht das machen wir auch weil da schon so viel Kleingeld drin ist vielleicht haben wir das nächste Mal die Chance das Kleingeld ein bisschen rauszuwechseln oh jetzt hab ich's grad falsch mal gemacht wir machen's mal so ach so das Spiel wär gut wenn man wieder reintun ne so noch mal so ein Rest schreiben das Rest wollen wir mal noch mal vier Euro Rest so schade schade jammer jammer schade das war nix da geht's nur zu wenn ihr das Papier zu weit oben habt dann gehen die Beine dann dazu das ist grad wenn ihr so viel Kleingeld drin habt nicht sehr schön das ist okay ein Euro ach nein das kommt ja gar nicht beim Titus rein das kommt ja ins Wohnmobil dann rein machen wir das dann das ist ja das nächste wo wo zwei Euro hat beziehungsweise ein Euro geht da nur rein da muss ich jetzt doch die anderen ein Euro Stücke nehmen das ist ja schon in Reihe 3 sind wir ja noch gar nicht beim Bespielen wieder so genau weil das ist nämlich nur ne Euro Challenge da kommt natürlich auch nur ein Euro rein logischerweise so das hatten wir grad dann machen das sehr schön 20. 7. 1 Euro dann haben wir 5 Euro schon an dann geht's nämlich weiter mit unserem Terrassenmöbeln da ist nämlich noch ein Restzettelchen drin von 30 Euro dann sind es nämlich da auch nur noch 29 Euro so ein neues Zettelchen schreiben das ist nämlich schon so ausgelutscht das können wir schon gar nicht mehr nehmen der ist schon so richtig 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 nicht schön nicht mehr schön so da ist da auch ein Euro reingekommen wunderbar da haben wir doch mal was Gutes erreicht legen wir jetzt mal hier vorne hin müssen wir aber hier noch reinschreiben sozusagen mal rumdrehen zack dann haben wir hier schon 20 Euro viel drin das ist doch schon mal was so dann geht's nämlich tatsächlich bei Silvester weiter da ist nämlich auch ein Minusbetrag drin und ach das wird ja Muttertag habe ich neu dazugenommen das steht noch nicht im Buch mit drin wird aber dann auch nochmal mit bestuft natürlich ja ich habe ja natürlich auch noch solche unbestimmten die habe ich jetzt natürlich alle ausgelassen weil ich erst mal wollte dass jetzt wirklich hier alles was nur einmal bestuft wurde ein zweites Mal bestuft wird wie man sieht der Würfel ist runtergerollt ja und das ist so mein Ziel wenn jetzt wieder irgendwas voll werden sollte dann würde ich jetzt einfach hier weitermachen in der zweiten Runde dass da nochmal alles bestuft wird und dann geht's hier wieder zack von vorne weiter meine Güte es hat sich ganz schön was getan bin schon ein bisschen stolz drauf so jetzt tun wir gerade unser Geld noch in die Bank zurück das was wir jetzt hatten den restlichen Stuffingbetrag wie ihr seht hatte ich zwischendurch mal rein das waren jetzt noch paar und 40 Euro hoffen ich hatte aber auch gesehen dass ich mich um die 40 Euro rum verschrieben hatte deswegen mache ich die weg das war Vorteil wenn man dann nochmal nachguckt beim Video aber gut hat mich ein bisschen verschrieben deswegen lassen wir das einfach als Puffer drin das schadet nie ich habe wie gesagt sehr viele Ausgaben gehabt wo ich einfach fürs Geschäft auch noch mitgemacht habe deswegen kommt auch immer wieder mal was mit Back to Bank rein wo dann da bezahlt wird und von daher ich denke ich passt das für die nächste Stuffingrunde dann wieder sehr gut ähm oh da ist auch noch ein Restbetrag drin bei der Sparrunde so mal gucken wo wir da reinkommen was denn da steht hier 20 dann 4 Euro so hatte hier das ja dann alles einfach nicht eingetragen und hatte das dann verstafft sehr schön so hatte ich mir das jetzt gespart dann ist der Trigger auch nicht so voll das macht ihr aber auch wieder wie ihr wollt ne also da ist jeder frei ihr könnt natürlich jeden Cent den Back to Bank dann wieder eintragen aber ich habe es einfach dann da vorne abgezogen und habe es gleich verstafft so perfekt was sagt cool ich muss mir mal neue drucken lassen weil der eine geht schon kaputt von der Rente ja es gibt doch noch so das eine oder andere wo mir gefällt lassen wir mal gucken ja schade dass das jetzt hier abgerissen ist also ich finde den aber so geht der hier noch richtig gut den lassen wir einfach so wie er ist mein Gott dann geht der halt nicht mehr zu auch nicht schlimm so solange er nicht auseinanderfällt ist alles gut ja dann war es das wieder mal für heute wie gesagt wir werden ja mal schauen ob früher oder später vielleicht noch irgendwas voll wird irgendwie ich hatte auch schon mal überlegt ob ich mir meinen Trampolin das ist ja immer so dieses bei uns ist es auch so windig hinten im Garten das würde wahrscheinlich wegfliegen also mein Mann hat ja auch recht das ist ja nicht so dass er nicht recht hat und da ist ja auch eine relativ große Summe immer mal drin bei dem Trampolin weil da ja nur 20 Euro immer reingespart werden da habe ich schon die ganze Zeit überlegt ob ich den einfach mal auflöse und hier was darf das kann sein dass ich das auch nochmal mache ich bin mir noch etwas unschlüssig ja aber wenn ich es machen würde würde ich euch natürlich Bescheid geben genau ja ansonsten werde ich natürlich jetzt wieder gucken ich habe ein paar Sachen gekauft ein paar Sachen gemacht es wird natürlich dann abgezogen eingetragen und ja ihr werdet das alles sehen wir werden dann wieder zusammen ich habe hier wieder schöne drei freie Seiten noch gefunden die noch bevor ich wieder was geschrieben habe hier ist auch nochmal eine dazwischen hier auch nochmal eine dazwischen kommen wir werden jetzt im nächsten Monat wird es ein bisschen anders da laufen hat er euch ja erzählt dadurch dass ich komplett selbstständig bin dass ich da erstmal schauen muss wie ich das mache ich werde die zwei Sachen werde ich definitiv eintragen und werde gucken wie viel dann eben fehlt zu den Fixkosten und zu diesen Kosten das werde ich mir als Nummer ausrechnen was ich mir auf jeden Fall auszahlen muss und der Rest wird tatsächlich dann Gimmi werden da werden wir dann mal schauen was noch übrig bleibt für mich da ja natürlich Miete und so weiter alles gezahlt werden muss und es muss natürlich auch hier wird sich dann natürlich auch was verändern weil es muss ja auch Krankenkasse und solche Sachen bezahlt werden ich habe aber nochmal ein extra Stuffingbuch für geschäftliche Sachen und da ja denke ich passt das dann so super so machen wir es wunderbar gut dann würde ich das so lassen dann würde ich sagen sehen und hören wir uns auf jeden Fall ich freue mich immer dass ihr dabei seid vielen lieben Dank mal einen Kussi ich weiß nicht ob ihr es hören könnt ich hoffe doch ich habe euch alle lieb mein Lieblingsherzchen auf dem Kopf natürlich wie immer und ja ich freue mich schon drauf den August dann mit euch zu machen wahrscheinlich wird er auch wieder ein bisschen nach hinten rutschen weil ich einfach schauen muss wie ja wie ich starte einfach und ja ich bin sehr sehr gespannt sehr neugierig und ach ja da habe ich mir noch mal ein paar hinten reingelegt vorsichtshalber für später und ja das wird richtig gut also wir haben hier wirklich nur noch ein paar Seiten ach ich freue mich dann fangen wir ein neues Buch an ach das wird mega ach schön und ich hoffe dass wir bald aus ein paar Schlugentöpfen wieder raus sind und wir wirklich dann mal anfangen können langsam wieder ins Plus zu kommen ich hatte mal wieder so einen Anfall ich musste wieder mal ein paar Sachen bei Etsy bestellen ich habe den ja immer wieder zwischendurch und ja weiß nicht warum das ist einfach meine Sucht die Sparspiele meine Sparspielsucht ja aber ihr wisst ja es macht richtig Spaß und ihr seid ja auch immer dabei deswegen sage ich einfach mal bis dahin und ich freue mich euch wiederzusehen und ich zeige euch die neuen Sparspiele natürlich wie immer habe ich mir B-Ware gekauft kennt mich ja ich bin ja auch ein Sparfuchs bis dann macht's gut tschüss